Tipps für Ihre Sicherheit von Kriminalrat AD Lothar Schirmer Mit einer Euro-Gewinn-Umfrage versucht zur Zeit ein zweifelhafter Anbieter mit Postfachadresse in Löningen, Sachsen-Anhalter, zu einer Werbefahrt mit Verkaufsveranstaltung zu locken. Laut Gewinnmitteilung ist der glückliche Adressat in der Hauptgewinnstaffel gezogen worden und hat nun den Anspruch auf Sondergewinne, einen Urlaubspreis im Wert von 140 Euro und ist automatisch nominiert für den Hauptpreis in Gold in Höhe von 125.000 Euro. Na, da hüpft einem doch das Herz bei solchen Aussichten. Allerdings stellt sich dieser Effekt nur bei unbedarften Neulingen ein, die noch nie mit einer solchen vielversprechenden Mitteilung konfrontiert wurden. Alte Hasen wissen, dass sich dahinter nichts anderes als eine Werbeverkaufsveranstaltung verbirgt, bei der letztendlich nur der Veranstalter verdient. Naja, Sie kennen das Spielchen. Wer mitfahren will, soll es tun. Aber immer schön daran denken, geschenkt wird Ihnen dort nichts. Die Aussicht, den versprochenen Gewinn einzuklagen, ist äußerst gering und nur mit vielen Mühen durchzustehen. Und wer sich etwas andrehen lässt und dafür gutes Geld ausgibt, gehört ohnehin zu den Verlierern.